Yo Leute, herzlich willkommen zu Tommi's Watcher. Ich habe ein Glitch vor euch, ein Wall Breach, wie ihr wieder in diese Brücke da reinkommt. Bei der Xbox 360 oder bei der Playstation 3 kam man nämlich so rein, dass man da auf diese Tonne klettert und reinspringt. So, ihr müsst nämlich jetzt durch diesen Tonne durch, auf der anderen Seite rechts von dieser Brücke. Da ist so eine Absperrung, wie ich das jetzt hier gerade gemacht habe. Ihr rennt dazwischen und rennt und rennt und rennt. Und dann backt ihr, wie gesagt, da rein. Das ist genau da. Also ihr müsst hier rumgehen und dann auf der anderen Seite ist diese Barrikade halt. Ja und da vorne, wo ich jetzt hinlaufe, da habe ich ja gerade euch gezeigt, wie das früher ungefähr ging. Also dass man da, wo diese Tonne ist, genau da, da hochsprang und dann hier reinkam. Aber ihr müsst auf diese andere Seite halt, wie gesagt, und dann klappt das. Und dann könnt ihr schon rausschießen. Ihr könnt euch vom Kopfgeld verstecken. Ihr könnt andere Online-Spiele abfacken, NPCs, Schlacht gegen die Bullen führen und so. Ist auf jeden Fall richtig geil. Aber ich zeige euch gleich noch, wo sich dieser Glitch befindet, an welchem Ort der Karte. Aber ich denke mal, ihr wisst bestimmt noch, wo das ungefähr ist. Ist auf jeden Fall richtig geil, dieser Glitch. Ja, und ich bin dann mal raus und sage tschau, euer Tommy SoWatch. Peace. Peace.